Herzlich willkommen zur fünften Sitzung unseres Seminars Wissenschaftskommunikation 2.0. Ich möchte heute zeigen, wie man mithilfe des deutschen Referenzkorpus gezielt in populärwissenschaftlichen Texten recherchieren und diese dann auch mit korpuslinguistischen Methoden weiter untersuchen kann, zum Beispiel mit der Software AntConc. Und zwar soll es mir im Besonderen um eine Formulierung gehen, die mir schon oft in populärwissenschaftlichen Formaten aufgefallen ist, nämlich die Formulierung, wir wissen heute und vergleichbares. Nehmen wir mal hier die Sendung B. Wie wissen, die im ersten ausgestrahlt wird. Da gibt es hier die Folge, das Essen der Zukunft Fast Food Trends. Da heißt es schon hier in der Videobeschreibung, für unsere Vorfahren galt, Nahrung mit viel Fett und Kohlenhydraten sind gut. Heute wissen wir, so viele Kalorien auf einmal sind ungesund. Und auch im Video selbst, ich kann es leider nicht einbetten, das Urheberrechts gründen, aber ich habe hier den Link mal dazu geschrieben. Da heißt es dann hier nochmals durch die Stimme aus dem Off, für unsere Vorfahren galt, Nahrung mit viel Fett und Kohlenhydraten sind gut. Heute wissen wir und so weiter, das hatten wir schon. Und dann kommt ein Experte zu Wort, ein Ernährungswissenschaftsprofessor, der sagt dann, bei diesen Fast Food Produkten beispielsweise sind Kohlenhydrate enthalten und so weiter. Das kann Entzündungen mit begünstigen und wir wissen heute auch, dass diese Art von Ernährung direkt Krankheiten mit verursachen kann. Ein weiteres Beispiel. Die Carstens Stiftung, das ist eine Stiftung, die macht Forschungsförderung im Bereich Komplimentärmedizin, hat ja dieses Video, in dem Dr. Holger Krame zur Forschungslage in der integrativen Pädiatrie interviewt wird. Und er sagt hier, früher ist man davon ausgegangen, dass Kinder eigentlich keine Erwachsene sind und dass man die Ergebnisse aus der Erwachsenentherapie ziemlich direkt auf Kinder übertragen kann und so weiter. Heute weiß man, dass der Stoffwechsel von Kindern, gerade von kleineren Kindern, völlig anders funktioniert als bei Erwachsenen. Und noch ein letztes Beispiel hier mal aus einer Regionalzeitung der Heilbronner Stimme. Die haben hier so eine Wissensseite, da heißt es dann, noch vor 20 Jahren haben Ärzte und Krebspatienten von Bewegung und Sport abgeraten. Ausruhen galt lange als das A und O, auch vor dem Hintergrund anstrengender Chemo- und Strahlentherapie. Wir wissen heute, dass genau das Gegenteil der Fall ist, erklärt Uwe Martens. Versuchen wir das Ganze mal etwas zu abstrahieren, dann können wir sagen, mal die These aufstellen, dass wir wissen heute, heute weiß man und so weiter, verfestigte sprachliche Mittel sind, die der Präsentation von wissenschaftlichem Wissen und auch wissenschaftlichem Wissensfortschritt dienen und das besonders im populärwissenschaftlichen Diskurs, da wo also die Wissenschaft anderen Gesellschaftsbereichen der Öffentlichkeit präsentiert, was jetzt der aktuelle Stand des Wissens ist. Und dieser These möchte ich nun genauer nachgehen. Und zwar überprüfe ich sie mithilfe der Pressearchive des deutschen Referenzkorpus Dereco und ich möchte dann im zweiten Teil des Videos noch zeigen, wie man dann die gefundenen Belege noch korpuslinguistisch weiter explorieren kann. Was ist das Dereco? Das Dereco sind die Corpora geschriebener Gegenwartssprache des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, der zentralen Forschungseinrichtung für deutsche Gegenwartssprache und das sind mit knapp 47 Milliarden die weltweit größte Sammlung deutschsprachiger Corpora als empirische Basis für die linguistische Forschung. Es gibt natürlich noch andere Textsammlungen, die größer sind. Google zum Beispiel bietet da welche an, aber speziell für linguistische Forschungszwecke aufbereitet und auch mit entsprechenden Analyse-Tools versehen ist das tatsächlich die größte Sammlung. Es ist nach Registrierung kostenlos nutzbar über eine Web-Anwendung, die sich Cosmos 2 nennt, die ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar landet man hier über diese URL auf dieser Übersichtsseite. Hier sieht man, wofür Cosmos steht und wir können über Cosmos Web dann das hier aufrufen und hier über Applikation starten. Können wir dann uns zunächst anmelden. Mithilfe des Logins, den wir uns vorher zugelegt haben. Dann landen wir auf dieser Übersichtsseite. Wir sehen, dass das Dereco in verschiedene Archive unterteilt ist. Da sind sehr unterschiedliche Texte drin. B ist das größte Archiv, aber da sind eben auch Wikipedia-Artikel, Fußball-Live-Ticker, Bordbücher und die Werke von Grimm und so weiter drin. Und ein bisschen homogener sind die Archive B2, B3, B4. Wir rufen mal hier B2 auf. Hier finden wir vor allem, also ausschließlich Pressetexte, vor allem Regionalzeitungen und auch ein paar Publikumszeitschriften wie die Brigitte. Und hier können wir nun einfach alle Korporer des Archivs mal auswählen. Dann landen wir diese Suchmaske. Diese Suchmaske ist denkbar simpel. Man kann hier einfach das direkt eingeben, wonach man sucht. Wir wissen heute. Man muss eine Sache beachten. Das Häkchen muss hier unten unbedingt bei Wortabstand W1 stehen und nicht bei logischem Oder. Bei logischem Oder würde er alle Texte finden, in denen entweder wir oder wissen oder heute drin vorkommen, weil wir interessieren uns ja genau für diese Phrase. Man kann in dieser Suchmaske auch noch wesentlich komplexere Suchanfragen stellen. Da gibt es eine korpuslinguistische Syntax, die man sich hier über dieses i auch anzeigen lassen kann. Aber für den allerersten Zugriff soll das hier schon genügen. Jetzt suchen wir mal danach. Jetzt kommt zuerst hier so eine Vorabfrage, wo man die einzelnen Wortformen aussuchen kann. Wir gehen mal hier drauf. Wir sehen hier verschiedene Schreibungen. Wir könnten uns jetzt nur für W mit großem W entscheiden. Dann würden wir wahrscheinlich nur Sätze finden, in denen die Formulierung am Satzanfang steht. Aber wir lassen mal alles ausgewählt. Wir können wieder schließen übrigens. Manchmal sind die Bildschirme zu klein, dass wir hier unten dieses Schließen nicht finden. Wir können drum auch hier oben über dieses Kreuzchen das Fenster wieder schließen. Wir lassen also alles ausgewählt und suchen mal. Es dauert eine Weile, weil wirklich große Textmengen jetzt der Reihe nach durchsucht werden müssen. Hier sind jetzt unsere Ergebnisse zunächst mal nach Quellen sortiert. Wir haben aber die Möglichkeit, über diesen Reiter verschiedene Ansichten zu wählen und die Ergebnisse zu sortieren. Hier sind solche zeitlichen Kriterien interessant. Manchmal möchte man nach Ländern sortieren. Aber wir haben hier eine besonders nützliche Funktion, nämlich die Sortierung nach Themen. Es dauert eine Weile. Darum möchte ich erklären, wie das funktioniert. Jeder Text, der in das Korpus eingespeist wird, durchläuft eine automatisierte Themenannotation. Das heißt, auf der Grundlage von Worthäufigkeiten entscheidet ein Algorithmus, ob der Text eher von Tennis handelt oder ob das ein Text ist, der von Innenpolitik handelt oder von verschiedenen anderen Themen. Hier sehen wir schon mal eine Übersicht. Und wir können jetzt hier, indem wir hier auf Treffer klicken, das nach Treffern sortieren. Jetzt ist es aufsteigend, aber wir nehmen mal absteigend. Jetzt finden wir hier das interessante Ergebnis, dass das häufigste Thema ist tatsächlich Wissenschaft, Populärwissenschaft, passend zu der These, die wir uns vorhin überlegt haben. Wenn wir uns das zweithäufigste Thema anschauen, Gesundheit, das ist auch noch einschlägig, denn Gesundheitsthemen werden gerade auch in solchen populärwissenschaftlichen Formaten bearbeitet in Zeitungen. Und in unserem Seminar geht es ja vor allem um Covid-19, was auch so ein Gesundheitsthema ist. Deswegen rufen wir hier auch genau diese Belege mal auf. Das können wir hier über dieses Plus machen. Dann sehen wir hier eine sogenannte Keywords-in-Kontext-Liste, wo wir erstmal alle Belege als Liste haben. Hier kann man sich schon einen schönen Überblick verschaffen, kann mal so durchscrollen. Was finden wir hier? Wir wissen heute das. Gehirn, Hornhaut, biologische Ursachen. Wir wissen heute im Gegensatz zu noch vor zehn Jahren. Hier kriegt man also schon ein paar erste Ideen. Wir können uns aber auch hier mal die Volltexte anzeigen lassen und können jetzt auch noch ein bisschen mehr im Kontext suchen. Gleich hier der erste Treffer ist ja interessant. Die These von mit dem Alter zunehmenden Leistungsdefiziten gilt längst als überholt. Wir wissen heute, dass als von den Defiziten eine ganze Reihe von Kompetenzen über die ältere Beschäftigungsverfügung kompensiert werden, so Andreas Schmidt. Und so können wir uns dann noch weitere Belege im Einzelnen anschauen. Es sind ja recht viele. Gut, das wäre der erste Teil des Videos. Sie finden auf dem Arbeitsblatt dann Hinweise, was Sie selber, wenn Sie die Suche soweit repliziert haben, jetzt hier mal sich überlegen sollen. Und im zweiten Teil des Videos möchte ich jetzt zeigen, wie wir noch korpuslinguistisch mit diesen Texten weiterarbeiten können. Denn wir haben hier in Cosmos eine Exportfunktion, wo wir die gefundenen Treffer in andere Programme exportieren können. Dazu müssen wir zunächst mal die gefundenen Treffer auswählen. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Manchmal haben wir so viele Treffer, dass es hier mehrere Seiten sind. Dann könnten wir jetzt nur die erste Seite auswählen oder halt alle, die zu diesem Ausschnitt passen mit dem Thema Gesundheit. Darum wählen wir jetzt hier mal diesen Ausschnitt aktivieren. Dann werden hier grüne Häkchen gesetzt. Und dann können wir das Ganze wieder schließen. Und jetzt stehen sie für den Export bereit. Wir haben jetzt hier, können erstmal den Titel vergeben. Wir wissen heute. Jetzt können wir verschiedene Einstellungen vornehmen. RTF ist gut, also das Rich Text Format. Und wir machen jetzt zwei Exporte. Zunächst exportieren wir die Volltexte mit ein bisschen Kontext. Also drei Absätze davor und danach. Hier müssen wir Absätze auswählen. Und auch die Quellennachweise. Denn wir möchten ja vielleicht mal aus den Texten zitieren. Und brauchen deswegen die Angabe, ist das jetzt badische Zeitung und so weiter. Wichtig ist noch, dass wir hier das Häkchen bei nur ausgewählte Treffer setzen. Denn nur das, was wir von grünem Häkchen markiert haben, möchten wir übernehmen. Und können dann alle anderen Einstellungen so lassen. Ich lasse es aber nochmal ein bisschen eingeblendet zur Überprüfung und können dann jetzt exportieren. Das geht recht schnell bei diesen 183 Treffern, die er gefunden hat. Und wir starten mal den Download. Hier ist der Text. Hier sehen wir jetzt oben nochmals diesen Korpuskopf mit den Informationen, wann wir gesucht haben, was genau die Suchanfrage war und wie viele Treffer. Und dann hier die Volltexte jeweils mit den exakten Quellenangaben. Wir machen jetzt aber noch was Zweites. Denn wir möchten jetzt im nächsten Schritt mal nur die Sätze extrahieren, in denen das Wort, in denen die Formulierung Wir Wissen heute vorkommt. Deswegen ändern wir hier das mal auf Null davor und danach. Und setzen das auch hier auf Sätze. Also Null Sätze davor und danach heißt ja nur den eigentlichen Belegsatz. Wir lassen jetzt auch die Quellen weg. Weil wir uns wirklich nur für die Sätze interessieren, die wir dann weiter berechnen wollen. Und exportieren nochmal. Das sieht jetzt so aus. Hat geklappt, was wir wollten. Und jetzt nehmen wir, weil wir es ja berechnen wollen und das hier dann nur steuern würde, raus. Und ändern außerdem das Format. Wir ändern es in reinen Text. Das geht hier im Mac direkt so über Format in reinen Text umwandeln. Dann gehen alle Formatierungen verloren. Die sind aber auch nicht wichtig für die korpus-linguistische Analyse. In Windows weiß ich nicht genau, wie es geht. Auf jeden Fall geht es so, dass Sie den Text einfach mit Copy-Paste in den Editor reinladen. Der ist bei jedem Windows-Rechner mit dabei. Wichtig ist, dass Sie dann beim Abspeichern in Format UTF-8 abspeichern. Das geht über Speichern unter und dann können Sie die Codierung auswählen. Wählen Sie nicht Anzieh, sondern wählen Sie die Codierung UTF-8. Sonst hat er Probleme mit den Sonderzeichen, wie zum Beispiel Umlauten. Sie können aber auch den Editor Notepad++ wählen. Ich verlinke dazu ein Video meines Kollegen Alexander Lasch in der Videobeschreibung, in dem er den Umgang mit Notepad++ erklärt. Also wichtig ist, wenn Sie es in Windows exportieren und den TXT abspeichern, immer als UTF-8 abspeichern. Genau, und jetzt ändern wir nochmal hier. Machen wir das mal so. Satz. Okay, und jetzt können wir damit arbeiten, und zwar mit der Corpus-Analyse-Software Endconc. Das ist ein kostenloses, niedrigschwelliges Tool, mit dem man sehr schnell erste corpus-linguistische Analysen machen kann. Wir können hier über Open Files die eben erstellte Datei mal reinladen und können jetzt zum Beispiel hier mal eine Wortliste erstellen. Ja, das ist jetzt nicht überraschend, dass wir wissen, heute am häufigsten ist, aber auch andere, alle anderen Wörter werden gezählt. Aber trotzdem ist es, das noch nicht allzu aussagekräftig, auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal heute mal eingeben können, ja, aber eben allzu viel finden wir hier nicht raus. Darum können wir jetzt eine Keyword-Analyse durchführen. Eine Keyword-Analyse vergleicht unser Untersuchungskorpus mit einem Referenzkorpus, um zu errechnen, welche Wörter für unser Untersuchungskorpus typisch sind, signifikant häufig und mithin typisch. Also was sind typische Formulierungen, die hier in diesen Sätzen auftauchen, im Vergleich zu thematisch nicht spezifizierten Pressetexten. So könnte man das angehen. Und ich möchte, weil man ja immer einen Referenzkorpus braucht, gerne die Korpussammlungen der Universität Leipzig vorstellen. Die haben ja dieses Wortschatzportal, was sich über diese URL aufrufen lässt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, unter Downloads Korpora, riesige Korpora in verschiedenen Sprachen kostenlos runterzuladen. Wir nehmen hier Deutsch und sehen hier die Übersichtsseite aus verschiedenen Jahrgängen, unterschiedliche Größen. Wir haben hier News, aber wir haben auch unten sowas wie Wikipedia. Ja, aber News soll okay sein. Also einfach Online-News. Wir nehmen mal das Neueste aus dem Jahr 2010, 100.000 Sätze. Das wäre diese Datei hier. Das ist so ein ZIP-Ordner. Das dauert ein bisschen. Wenn der entpackt ist, finden wir in diesem Ordner eine ganze Reihe von Dateien. Nicht alle davon sind für uns relevant. Manche sind vor allem für Korpus- oder für computerlinguistische Tasks und Weiterverarbeitungen nötig. Aber das ist die Datei, die uns interessiert. Hier sind die einzelnen Sätze drin. So sieht die Datei aus. Die sind durchnummeriert, aber das macht nichts, denn Nummern, also Zahlen werden in Endconc sowieso standardmäßig ignoriert, also in der Standardeinstellung. Gut, zurück zur Endconc. Wir können jetzt hier, bevor wir eine Keyword-Liste erstellen können, müssen wir das Referenzkorpus erstellen. Das geht hier über die Tool-Preferences. Hier können wir unter Keyword-List jetzt hier Dateien hinzufügen. Ich mache das mal hier wieder im Download-Ordner. Ist das hier die Datei, die uns interessiert, die wir eben uns angeschaut haben. Wir öffnen das Ganze und müssen es jetzt laden. Das sind rund zwei Millionen Wörter, deswegen dauert das ein bisschen. So, jetzt hat das über Apply das Ganze anwenden. Jetzt hat er hier eine Wortliste unseres Untersuchungskorpus. Er hat im Hintergrund erstellt eine Wortliste für das Referenzkorpus und jetzt können wir hier draufklicken und jetzt finden wir hier nur Wörter, die in unserem Untersuchungskorpus signifikant häufiger sind als im Referenzkorpus und uns noch einen genaueren Einblick geben, was eigentlich typische Themen sind, zum Beispiel, die auftauchen in diesen Formulierungen, in diesen Sätzen mit genau dieser Formulierung. Wir finden so Patienten, Übergewicht, Sagt und noch anderes mehr. Jetzt ist das Korpus natürlich relativ klein. Wir haben hier so 180 Sätze. Man kann das Ganze ja noch ergänzen, um die anderen Formulierungen, verwandte Formulierungen wie man weiß heute, heute wissen wir und so weiter und das würde ich Sie auch bitten, in der Übung zu machen, um dann auf der Grundlage einer Keyword-Liste noch ein bisschen genauere Hypothesen zu entwickeln zu dieser Formulierung. Ja, wir können jetzt auch hier übrigens in dieser Keyword-Liste dann auf einzelne Keywords einfach draufklicken und uns mal, ist auch interessant, offensichtlich sind es dann typischerweise Professoren oder der Professorentitel wird mit erwähnt, wenn Leute interviewt werden und diese Formulierung benutzen. Ja, wir können uns dann also von der Keyword-Liste direkt in die einzelnen Belege an, reinklicken, wir können auch, wenn wir möchten, dann die File-View können uns dann hier von Treffer zu Treffer durchklicken. Ebenso kann man mit einem kostenlosen Tool sehr schön allererste Untersuchungen machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank und Tschüss.